Ja, okay, das war zu nerf. Meister. 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 Nailed it! Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel. Das Spiel heißt Super Cratebox. Es ist kostenlos in Steam und ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Aber jetzt nicht wirklich überragend viel. Ich würde sagen, ich erkläre euch das Spiel während des Spiels und ich nehme mal... Ja komm, wir nehmen die zweite Map. So. Und zwar kann man im Spiel eigentlich nur springen, schießen und rennen. Und es geht nicht darum, wie jetzt vielleicht schon manche gedacht hatten, die Viecher hier zu töten. Sondern es geht darum, diese Boxen einzusammeln und neue Waffen zu bekommen. Die Sache ist halt, wenn ich die Viecher in das Feuer rennen lasse, was ihr unten seht, dann lassen die so ein bisschen aus und kriegen ihre Tage. So, die Sache ist, ich hätte jetzt gedacht, ich mach das ein bisschen und zeig euch da neue Waffen, weil man kriegt... Man macht das ja nicht einfach so, die Boxen sammeln. Man kriegt... Oh Scheiße. Man kriegt immer, weil man bestimmt viele Pakete eingesammelt hat, neue Waffen. Und leider ist es so, dass das Spiel bei mir an manchen Stellen abkackt. Zum Beispiel, wenn ich den Flammenwerfer benutze, was ich überhaupt nicht verstehe. Da... Also wenn ich jetzt... Keine Ahnung warum, aber manchmal kackt's einfach ab. Oh Gott. Boah. Also die Geister hier regen mich eigentlich am meisten auf. Oh... Wie viel... Pum-sor. Tum... Oh'ntank. Boah. Boah. Oh! 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 Ehh... Oh! 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 viel. So. Ich weiß nicht, ob es euch auch fällt, aber der Spin. Okay. Da. Die Weapon Disgun. So, die Disgun gucken wir jetzt einfach mal. Was ist hier drin? Ja. Das ist eigentlich eine ganz geile Waffe. Ähm. Die wird nämlich, okay. Die wird nämlich einmal gegen die Wand geschossen. Ihr müsst euch das vorstellen. Disgun, die geschossen wird. Ähm. Die schießt einmal gegen die Wand und kommt dann auch wieder zurück und kann daher auch uns töten. Das ist ein bisschen scheiße. Aber sie kann dann halt auch zweimal Gegner treffen. Das ist eigentlich ganz geil. Ich bin mir leid, wenn ich nicht so viel rede. Ich versuche mich irgendwie zu konzentrieren. Ach, scheiße. So. Fuck. Ja, okay. Das war zu nerf. Ich könnte mir vorstellen, weil mir das Spiel ein Freund gezeigt hat. Mal mit denen rumzuspielen. Mal gucken, da würde ich vielleicht so ein Splitscreen oder so machen. Ich muss aber jetzt mal gucken. Oh, scheiße. So. So. Nein. Oh. 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 Nein. Nein! Nein! Ah, komm schon. Ich guck mal, wie viel ich schaffe. Wär eigentlich schon geil, wenn wir, ich sag mal, 5 Zeit hinkriegen. Oh, ich sag einfach mal, das ist mein Ziel. Und wenn es nicht so leicht ist. Oh, verdammt. Revolver. Revolver Pistols sind so scheiße. Einfach nur die Anfangspuffwaffe nur zweimal. Oh, dieses Geist hat eigentlich auch, gell. Guckt euch die an. Oh, das ist einfach nur kacke, sich hier durch die Luft rufen. So. Oh, das ist ja klar. Oh, das ist ja klar. Oh, das ist ja klar. Doch, aber nach. So, ich kann euch das zeigen. So. Man hat sich schon gedacht, hätte ich jetzt einfach nie. Wenn wir jetzt noch was Neues freigeschaltet bekommen, dann kenne ich das nicht. Nach dem Leben hatte ich nämlich noch nichts freigeschaltet. Oh, das ist ja klar. Oh, Leute, ich weiß nicht, ob wir das mit den 15 hinkriegen. So, das ist ja klar. Oh, nur Distance. Eine Kanone ist scheiße. Machen wir zwei draus. Nein, das mache ich. So, Leute, wie ich es wahrscheinlich schon angesprochen habe, das Spiel ist abgekackt. Tut mir auch jetzt sehr leid. Nichtsdestotrotz, werde ich nochmal hier kurz weiterspielen und, ja, wie ich auch schon gesagt habe, meine Waffen von ihnen sind jetzt weg. Ich glaube, meiner Meinung nach war ich schon scheiße. Aber, was soll ich noch machen? Okay, sagen wir, unser Ziel, ich mache uns jetzt ein neues Ziel und das wäre 10. 10 wird mal nicht packen. Scheiße. Nein. Oh. Noch der Skilljunkie lässt sich nicht hin. Oh, das gibt es doch nicht. Kacke. Zwei. Drei. Vier. Oh, komm schon. So, eins. Zwei. Drei. Wann kommen die denn immer zurück? Vier. Drei. Ja, gut. Wir haben die Disclan wieder. So. 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 Die Pistole ist so scheiße. Ist unglaublich. Drei. So, komm jetzt aber. Nein. Oh, komm. Eins. Zwei. 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 So, also hallo nochmal. Ähm, ja. Wie Gott es eben wollte. Die Aufnahme ist nochmal abgekackt. Oder eher gesagt, das Spiel. Und ich wollte die Aufnahme jetzt eigentlich nicht wegwerfen. Das fände ich ein bisschen schade. Und das ist auch... Also ich habe es mehrmals versucht und es klappt einfach nicht. Ich finde das Spiel eigentlich ganz geil. Und deswegen werde ich das Video auch hochladen. Mal gucken, wie ich das mache. Wie ich mit den Cutte und was weiß ich. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ciao.